Im Grunde genommen kriegt man wirklich bei mir alles. Boah, ja super, gerne. Das Sortiment hört nie auf, es ist das Universum. Hey, super. Der bringt mir das frisch vom Feld. Sehr gut. Wichtig ist, dass man die Produkte hat, die der Kunde haben will. Das ist die Kunst von uns selbstständigen Kaufleuten. Wenn es um die richtige Auswahl und ums Sparen geht. ADEG. Land aufs Herz.